Halli hallo meine alles geliebten Freunde und willkommen zurück zu Date by the LAP Ich überlege was wir zacken, sollen wir Killer oder Überlebende spielen? Ich würde sagen, fangen wir mit den Überlebenden einfach an und zacken als erstes den guten alten Dwight Was nehmen wir damit? 50% Lootpunkte mit dem Box am Start Eisner Wille, Vorwarnungen, Saboteur und Unbirgsam Von daher suchen wir uns mal Melodie Ich fahre jetzt-loses, wir suchen ihn doch einen Aber so funktioniert es. Ich fahre jetzt ein bisschen die, was wir? wir auch direkt anfangen scheint so als hätte der killer im momentum auch jemand aber ich kann mich auch irren und lassen wir uns doch einfach mal überraschen wen wir als killer haben und vor allem auf verführende med gelangen ok der ladebildschirm muss man wieder großzügig zu dauert man wieder jahren aber shit happens nein nein ich will doch nicht spielen ok passiert noch was das ist ... ... ... ... widerliche schlachthaus coldwimper und so wie es aussieht schon gleich schlager unterwegs was nur zu dritt und die erste schon verletzt das ging aber schnell hier und hier die Lube und das tut mir leid Oh fuck, hier müsste sie bluten, okay, das war überhaupt nicht geplant, sorry. Oh, und wir landen beide hier, what the hell? Okay, mal schauen ob wir es noch packen und sie irgendwie hoch zu pushen. okay 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 okay